Der ältere Sohn aus einer weiteren Beziehung, Jack Niendorf, wird auf Antrag der Mutter in der Wohngruppe der Jugendhilfeeinrichtung Sankta Maria in Berlin-Nikolasier untergebracht. Sankta Maria in Berlin-Nikolasier untergebracht. Guck mal, wir haben erst Eingewöhnung und dann kannst du deine Mutter sehen. Haben wir genauso abgemacht. Hallo, hier ist Sanna. Ich bin gerade nicht dahinter. Das ist doch eine Nachricht. Mama, hier ist Jack. Ich komme jetzt nach Hause, okay? Was ist denn mit Mama? Eure Mutter, die hat euch hängen lassen. Hallo, hier ist Sanna. Ich bin gerade nicht dahinter. Das ist doch eine Nachricht. Da lügst du. Hallo, hier ist Sanna. Ich bin gerade nicht dahinter. Das ist doch eine Nachricht. Lass mich! Lass mich! Hallo, hier ist Sanna. Ich bin gerade nicht dahinter. Das ist doch eine Nachricht. Ich bin gerade nicht dahinter. Das ist doch eine Nachricht. Ich bin gerade nicht dahinter. Das ist doch eine Nachricht. Ich bin gerade nicht dahinter. Das ist doch eine Nachricht. Ich bin gerade nicht dahinter. Das ist doch eine Nachricht. Ich bin gerade nicht dahinter. Das ist doch eine Nachricht. Untertitelung des ZDF, 2020